Hallöchen ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einem weiteren Mann von Final Fantasy 9. Ja, wir sind noch immer beim Büchlein, ne? Wie der letzten Vater sagt. Ich hoffe, der macht sich jetzt auf das Arschkind. Ja, das passt. Super. Passt. Wir haben kein Mann mehr. Wir haben nix mehr. Wir müssen sowieso den guten Mann haben und uns wiederbelebt. Ja, mit dem kann ich spüren. Das macht uns gar nichts. So. Ja. Und Freya muss heilen wie eine Narische. Ja. Dass wir uns wieder alle auf die Beine bringen und tun. Mann, wie kann der Diebstahlfehl schlagen, Zitane? Macht sie jetzt. Äh, ja. Kein Angriff. Bitte heilen. Äh, ich selber war. Das bin ich egal. Jetzt halt echt drauf. Äh, heilen. Heilen Meter weiter drauf. Ich bin wirklich drauf. So, weiter stehe ich sie. Und weiter heilen. Wir machen, äh, ja. Nachher kommen wir da gleich weiter. So. 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 So ein ausgiebiger Kampf. Das ist eine Art Sinn. Äh, wenigstens immer, jetzt bin ich jetzt endlich mal auf das Muster da rausgekommen. Auf das Kampfmuster. Ja. So. So. Ja. Jetzt leider. Ich hoffe echt, dass wir alles kriegen und rechtzeitig bevor er abnippelt. So, die Flayer muss ich selber mal heilen. So, du heilst sie. Geht mir auch gleich. Sie da, ne? Würdest du jetzt bitte mal was schpitzen? Ich habe vergessen, wie viel man das schon haben. So, ich habe das Ganze zu tun. So, das sieht man aus. Dann bin ich neben mir. Dann bin ich neben mir. Dann bin ich neben mir. Dann bin ich in der Sprache. Oh je, ist schon wieder vorbei. Ist schon wieder vorbei. Die heilen und die sparen können. So und geben mal Vollgas wieder. So 44 Damage mal von Vivi. MacLeal. Freya macht glaube ich 20. Freya macht 20. Freya macht 20. Jetzt sind wir bei 60 so hoch, noch einmal 40, circa sind wir bei 100 und noch einmal 40 sind wir bei 40 in etwa halt, nicht ganz bei 150, dann brauchen wir noch einen Schlag, den wird Vivi ausfüllen, dann müsste es hoffentlich passen. Das müssen wir jetzt mal abwarten. Ok, jetzt kannst du mit dem Heiler beginnen. Ah ok, 40 Wart ist das wirklich. So, nichtsdestotrotz beginnen wir mit der Heilerphase. Ah Vivi schafft das schon. Ich glaube, die erstmal haben wir uns gut entschieden. So ist fein, dass sie sich gut ausgegangen ist. Und dort ein und ein und ein und ein zusammen. Ups, aufgeflogen. So, Heilerphase geht wieder. Ach du Vivi, das ist ein bisschen. Hey, das ist anstrengend, der Helder. Ich hoffe, wir bringen ihn nicht hin. Das ist meine nächste Sorge, die ich habe. Dann war der ganze Aufwand hier umsonst. Offenschläge. So, das ist ein bisschen weggestellen. Ohne, wird es gut aus? So, ich habe mich gleich durchgeholt. Ich habe mich beim Fuel geholt. So, meine Schuss, was ich bei mir so geben. Ich habe mich nicht oder? Wir werden jetzt noch hierher. Ohne, wir werden es noch hierher. Dann ist es noch hierher. und heilen wir heilen wie wir noch in der ländische Pause machen also Abwehr klauen du klaust was bitte bitte klau was klau was nein er scheiße was los ok wir brauchen Eta jetzt du bist schuld ja ja passt gut ja das ist ja ja Das war dann doch etwas zu schnell. Aber Titane ist halt leider Gottes, äh, ich weiß nicht. Die Stipidsten haut mir zurecht hin. Wurscht, Hermes Stiefel haben wir bekommen. Das ist ja schon mal was. Was haben wir da drüben? Ach, das ist heute ja. Hallo. Die Feinde sind schon in der Burgstadt. Es ist wohl sicherer, wenn ich fliehe. Oh, eigentlich schon. Für dich geht dasselbe, mein Freund. Ob Ihre Majestät gar nicht wohl schon geflohen und in Sicherheit ist? Sie würde nie fliehen. Niemals nicht. Und sehen wir was interessantes noch? Schade. Aber die anderen Trümmer, die er bei sich hatte, äh, die Silbergabel und das alles, können wir Gott sei Dank um zum Glück raus. Entschuldigung, das können wir Gott sei Dank. Ich bin leider so erzogen. Es tut mir echt leid. Damals, ähm, gab es für uns Kinder, gab es nur zwei Hauptreligionen. Das war katholisch und evangelisch. Dann gab es noch die Sekten-Spinner, Entschuldigung. Ähm, Zeugen Jehovas, etc. Wovor uns alle gewarnt haben, dass die böse und gefährlich sind. Ich hau von hier ab. Und, ähm, ich hau von hier ab. Ich hau von hier ab. Jo, ja, Schleichzeit. Schuh, schuh. Ist jetzt noch einer da hergelaufen gekommen? Man sieht immer vier Leute. Na, halt. Ich hau von hier ab. Jo, fast. Tschüss. Ähm, was wollte ich sagen? Und, äh, da ist es eben so, bei uns ist das immer so üblich gewesen. Ähm, wenn man höflich ist, ja, muss ich mal kurz umsetzen. Wenn man höflich ist, ja, dann hat man mit Grüß Gott zu grüßen. Und nicht mit einen schönen Tag. Weil da hat dich jeder schief angeschaut und gedacht, du bist ein Biefke. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir sind ja auch für die, für die Deutschen, ja, sind wir das lodelnde Bergvolk. Meine Lieben, das wurde sogar in ihren Wörterbüchern eingetragen. Ja, so krass. Ne? Und bei uns eben, für die Ösis, ist der Deutsche ein Biefke. Ja? Das ist einfach so. Mundarztgerecht, äh, ja. Aus Sicht von beiden Seiten. Wir haben uns gegenseitig ein bisschen beleidigt. Aber, jo. Ja, da muss man einfach drüber lachen. Der Biefke. Und das jodelnde Bergvolk. Servus. Willst du nicht weg? In letzter Zeit bekomme ich keine Briefe mehr. Wollen wir halt mal speichern, ne? Nachdem wir jetzt Alexandrik Hom da fertig gemacht haben. Boah. Ja. 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 Wie schaut's hier aus. Ist hier noch irgendjemand? Nein? Ba. 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 Ich lasse mich jetzt extra ein bisschen Zeit. Und hier eventuelle Schätze und so zu finden. Ich weiß gar nicht, ob ich das Thema alles durchgeschaut habe. Da vielleicht noch was? Nö. Was geht jetzt? Was geht da? Was geht hier? Ah, da ist kein Netzzimmerchen. Jetzt können wir mal die Unterwäsche durchsuchen. Bitte was? Ja, wenn sie da nicht die Gelegenheit schon hat, musst du sie nutzen, bitte. Ach, der Weiberhild. Haben wir hier noch irgendwas Besonderes? Nein, nicht ausgehen, du Kasper. Nein, nochmal. Ja, hier noch. Mal dran rumfingern. Hm, bewegt sich nichts. Okay. Dann können wir nicht runter, das haben sie uns versperrt. Alles klar. Und dann bleibt nur noch ein einziger Weg für uns. Ein einziger Weg. Das ist auch nichts. Passt. Zack. Hoffentlich können wir da jetzt rauf, nachdem das sehr versperrt war. Doch der Zeckenscheinmal geht's rauf. Zack, 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 zack. Was ist das? Unglaublich. So eine Vorrichtung im Schloss Alexandrias vorzufinden. Zip. Lili und Aiko sind also da oben. Mit Sicherheit. Zip. Wir müssen ihnen zu Hilfe eilen. Zip. Boah. Was soll das werden? Zip. Von hier an gehe ich alleine weiter. Geht ihr alle die anderen Leute retten. Zitane. Aber ich möchte Lili und Aiko auch helfen. Im Moment kann ich an nichts anderes als Lili denken. An nichts anderes als Lili, verstehst du? In diesem Zustand bin ich blind für alles andere. Das macht mich nicht gerade zu einem verlässlichen Gefährten. Wirklich tolle Rede, Zitane. Das ist ja fast wie in einem schlechten Theaterstück hier. Aber auch ein schlechtes Theaterstück braucht es einen Helden. Salve. Genau diese Einstellung mag ich an dir, mein Bester. Aber auf einen anderen Menschen aufpassen, das ist keine leichte Sache, Zitane. Ich weiß, Freya. Hörst du, Vivi? Den Rest überlassen, die Zitane. Hä? Aber ich... Wir verlassen... Wir verlassen uns auf dich, Zitane. Hm. Vivi, bitte versteh doch. Braucht es einen Grund, um jemanden zu retten? Braucht es einen Grund, um zu leben? Braucht es wirklich einen Grund? Im Moment handle ich nach meinem Gefühl an. Zitane. Ich glaube, ich verstehe dich. Bitte hilf Lili und Aiko. Na prima. Nichts mehr Ruf da. Hopla. Schau. Da hat wohl jemand gerade ein Bäuchchen gemacht. Was? Was war das gerade für ein Erdbeam? Also ich weiß nicht, ne? Uwaa. Oh na, die... ... Spannungsgeladene. Oh nein, das ist... Stimmt. Oh, oh, oh. Und Eiko ist eifersüchtig. Ist ja so klar. Lili, es tut mir leid. Ich war ein Dummkopf. Zitane, haben wir was Schlimmes getan? Wir reden später über alles. Erstmal sollten wir uns in Sicherheit bringen. Jetzt hätten wir Alexander von Eiko zu besitzen. Viele Seelen sind zu den Sternen zurück im Herd. Aber in unserer tausende von Jahren während der Reise ist dies nun nur ein unbedeutendes Detail. Der Kreislauf der Seele Gaias wird schon bald nicht mehr ihr eigenes sein. Ehe, doch ist die Zeit noch nicht gekommen. Noch kann der Kreislauf nicht übernommen werden. Du wirst wohl noch einiges für mich erledigen müssen. Du knammerst dich in deiner begrenzten Zeit an Gaia. Dann war dies wohl dein Schicksal. So wie es meines ist, ihn wiederzutreffen. I, dessen Schicksal es ist, dich zu ersetzen. Und was? Bitte wer? Wie war das? Nochmal zurück zum Mittelteil. Oh, Lin Blum. Wie ihr sehen könnt, gehen die Wiederaufbauarbeiten der Stadt recht zügig voran, Großherz. Ja, und alle Ingenieure aus dem Industriegebiet, die die Katastrophe überlebt haben, kommen nach und nach auf mich zu und bewerben sich für den Bau der Hildegard 3. Auf das Volk von Lin Blum ist eben verlassen. Zirp. Weil alle an euch glauben, eure Exzellenz. Und weil sie stolz darauf sind, Bürger dieses Landes zu sein. Solange das Volk etwas hat, auf das es vertrauen kann, wird es keine Katastrophe der Welt so schnell in die Knie zwingen. Vertrauen? Hatschi. Hm, das klingt nach Wagen. Tja, eindeutig. Tag auch, Herzog. Und, wie sieht's aus? Schlimm. Ach was. Schlimm ist gar kein Ausdruck. Zirp. Reif für die Müllhalde. So sieht es aus. Zirp. Hm. So schlimm also? Ja, am besten ich sage gleich hoffnungslos. Zirp. Nummer 3 neu zu bauen, wird wohl schneller gehen, als zu versuchen, Nummer 2 zu reparieren. Zirp. Verstehe. Aber eigentlich meinte ich ja die Sache mit Zitane. Zitane? Dem geht's soweit ganz gut. Zirp. Ich denke, er müsste eigentlich demnächst zu sich kommen. Zirp. Blank. Geh doch mal ins Schloss und schau nach, wie's ihm so geht, ja? Ach ja. Sollte er tatsächlich schon auf den Beinen sein, kannst du ihm bitte ausrichten, mich in meinem Gemach zu treffen? Oh Gott. Was? Oh. Lilly? Aiko? Wie komm ich hierher? Wo bin ich? Wie heiß ich? Wie spät ist es? Ich hab Hunger. Was haben wir hier Schönes? Egoistenreif. Ja, das passt ja super. Das passt prima. Namentlich. Was haben wir da? Ein Elixier. Einen Mogri. Und sonst aber nix. Hallo, Frau vom Zug Mogri und so weiter. Wird nicht. Bisher empfangen Briefe. Nichts. Gut, dass die Blum wieder aufgebaut ist, Kubo. Die Fossilien-Wiener-Bahn, nämlich unheimlich, Kubo. Übrigens, ich hätte da eine Bitte an dich, Kubo. Übergib diesen Brief an Modum, aber gerne doch. Danke, Kubo. Und sonst nix mehr. Äh, na. Mitteltzeit haben wir noch zum Zocken, zum Zocken, zum Zocken. Da wird gerucht. Du lebst ja noch, Titane. Hm? Na ja, so schlimm scheint es dich ja gar nicht erwischt zu haben. Ein bisschen mein Witzgefühl, wenn ich bitten darf, Plank. Übrigens, wo ist Lily hin? Wie komme ich hierher? Äh. Lily? Weißt du vielleicht, wo Lily hin ist? Wahrscheinlich oben auf dem Wachtturm. Danke, Mann. Äh. Moment. Der hat wohl auch nur Frauen im Kopf. Ja, Ben, müssen ihm schon so einer Rolle gerecht werden, oder? Strandgut. Strandgut? Oh, Quina. Hey. Das Ding, der ist ja völlig aufgedunsen. Ja, er ist wahrscheinlich schon tot, aber was das wohl mal war? Was treibt ihr da? Hallo, Herr Hauptmann, da ist so ein komisches Dings da an Land getrieben. Das Ding, der ist ja völlig aufgedeckt. Ich bin praktisch auf dem Meer groß geworden. Er ist ja nicht aufgedeckt. Das ist halt so, da kommt jede Hilfe zu spät. Oh, er ruft einen Arzt, der soll einen Totenschein ausstellen. Das ist ja nicht so, da muss man nicht aufgedeckt werden. Hinter mir ist das Gästezimmer. Haben wir da unten eigentlich mal was Neues? Oh, Elin. Hallo. Na doch nichts, Elin. Nur eine Matrosin. Ich hörte, es gäbe technische Probleme mit dem Antrieb der Hildegard 2, aber ich glaube nicht, dass die so leicht zu lösen sind. Jo. Ich dachte tatsächlich, das wäre Elin. Ups. Ja, ja, ich weiß. Seine Exzellenz. Erwartet euch bereits in seinem Gemach. Dann gehen wir aber zuerst zum Wachtturm, oder? Oder gehen wir nochmal rein und schauen, ob das Plank noch zu sagen hat. Hi, Plank. Der Großherzog erwartet dich in seinem Gemach. Na ja, gut, das war's dann auch. Mit dem Quatschen. Geht ihr die Treppe nach oben und folgt den Gang so gelangt, wie zum Gästezimmer und zur Werft. Servus. Die Soldaten hier sind ein einziges faules Pack. Ich darf sie also keine Sekunde aus den Augen lassen. Ja. Genau. Servus. Hier geht es zu den Docks. Jo, sollen wir eigentlich noch eine Stadtrundfahrt machen? Hier geht es zum Lift. Ja, okay. Das weiß ich eigentlich noch. Ich schau mal, ob ich darf. Jo, grüß. Hätten wir nicht eigentlich diesen Ha-Ummel mal da, ähm, dazu? Eine Stunde? Immer, wenn ich auf mein Schiff warte, betrachte ich diese Statue hier. Oh, oh. Ah, ja. Ich verstehe schon. Nein, wir dürfen nicht in die Stadt. Okay. Das wäre damit auch geklärt. Dann schauen wir, ob wir zuerst zu Lilly gehen dürfen. Oder ob wir wirklich zuerst zum Großherzog müssen. Schauen wir doch mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Äh, zweite Ebene Erdgeschoss. Na, zweite Ebene. La, 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 la. So. Ach, du liebe Zeit. Ach, du liebe Zeit. Ach, du liebe, liebe Zeit. So, ich gehe mal hier rauf. Hi. Das darf man echt. Geh mal zuerst nach dem Spiel schauen. Äh, du da, ich weiß, ich fang dich schon zum dritten Mal. Aber, jetzt mach mal halb lang. Ist vielleicht nicht der tollste Job, den es gibt. Aber ohne mich läuft der Lift nicht. Klar. Was für einen Job man auch immer macht. Man muss ihn mit Stolz machen. Ja, genau. Ja, genau. Das ist mal eine schöne Aussicht, oder? Äh, Aussicht und Ansicht. Genau. Na ja, mag vielleicht so aussehen. Als ob ich faulenze. Aber die Schicht hier gehört eben auch zu meinen Pflichten. Ganz ehrlich, ich würde mich nicht beschweren. Wenn ich da steh... Nein, nicht da rein. Entschuldigung. Wenn ich da stehen dürfte, die Aussicht bewundern, frische Luft und so. Im Winter ist halt kacke, aber sonst wär's echt schön. Da ist sie ja, die Gute. Lilly, du bist wohl auf? Dieses Mal wär ich wohl echt beinahe draufgegangen. Aber mittlerweile bin ich wieder fit. Also mach dir bloß keine Sorgen. Stimmt was nicht? Nein. Ah, ich hab's. Du bist verlegen, weil du mich seit längerem nicht mehr gesehen hast. Was soll das? Das ist doch nicht nötig. Wurde sie vielleicht sauer auf mich? Also, falls ich etwas Falsches gesagt oder getan habe, dann tut's mir leid. Dann hat sie den Tod ihrer Mutter scheinbar nicht verkraftet. Ich sollte sie am besten ein wenig aufmuttern. Ich glaub, das geht in die Hose. Sag mal, Lilly, kannst du dich noch an unsere versprochene Verabschiedung? Wie wär's, wenn wir jetzt ausgehen? Bring dich sicher auf andere Gedanken. Oder mag sie mich etwa piekig nicht mehr? Das wär ganz schlimm. Vielleicht lass ich sie doch erstmal alleine. Also, vielleicht möchtest du jetzt doch lieber alleine sein. Äh, tut mir leid, dass ich so aufdringlich war. Dann, bis zum nächsten Mal. Zitane, danke, dass du dich so um mich sorgst. Vielen Dank. Ja, wir werden jetzt gleich erfahren, was mit Lilly in Wirklichkeit los ist. Der Arm geht's nicht wirklich gut. Wer soll sich auch da denken, nach der ganzen Kacke, die hier passiert ist. Äh, auf jeden Fall, ich geh jetzt nochmal ganz, ganz schnell zurück ins Gästezimmer. Wir haben bald Partschluss, Partschluss, Partschluss. Und da möchte ich gerne speichern gehen. Und demnächsten werden wir uns mit dem Großherzog Sint ein bisschen vertreten. Ja, das werden wir tun. Äh, ich hoffe, ich darf zurück. Das wäre jetzt echt gemein, wenn nicht. So, ich möchte gerne speichern. Und wir werden uns dann eben, wie gesagt, mit dem Großherzog unterhalten. Und, ähm, ich denke mal, er wird wissen, was mit Lilly los ist. Oh, Blankeschüerofurt. Ja, das ist typisch Blank. So, wir tun schön speichern. Ja, bitte. So. Und zwar hier die... Passt. Sauber. Und nichts mehr. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.